Jetzt hoffe ich mal, dass Sie das erkennen können, aber seht ihr das Glitzernde hier drauf? Das sind Metallspäne. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute etwas leichte Kost. Und zwar machen wir an einem 2 Liter TDI den Kraftstofffilter. Kraftstofffilter solltet ihr wechseln, gerade der Diesel ist so ein bisschen allergisch, was Wasser anbelangt. Das mag der gar nicht, wenn ihr also Wasser in den Kraftstoffleitungen habt. Und Luft natürlich auch nicht. Das heißt, ihr müsst beim Diesel auch anschließend immer die Leitungen lüften. Dafür gibt es unterschiedliche Prozeduren und auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt das, das zeige ich euch gleich, welche Möglichkeiten mir dazu zu einfallen. Aber jetzt wechseln wir das Ding erstmal und ihr solltet damit nicht schludern. Ich habe also auch schon mal Kraftstofffilter hier gehabt, die waren sehr, sehr lange drin, aber noch nicht wirklich verschmutzt. Und es gibt welche, die sehen nach kürzester Zeit aus wie, keine Ahnung, als würde sich der Tank irgendwie auflösen. Man sagt, dass wenn ihr Biodiesel tankt, ihr die Filterwechsel ungefähr halbieren sollt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen offiziellen Wechselintervall von 60.000 Kilometern habt, was ja durchaus sein kann bei manchen Dieseln, dass ihr dann bei Biodiesel, wenn ihr also Biodiesel fahrt, den Wechselintervall entsprechend heruntersetzt. Das als kleine Empfehlung, wird sehr häufig vergessen. Wenn ihr jetzt wahrscheinlich einmal zwischendurch Biodiesel tankt, wird ja wahrscheinlich nicht viel passieren. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber letztendlich denkt immer daran, wenn ihr Biodiesel fahrt, dann können solche Sachen auch durchaus sich vom Intervall her ändern. Ja, ich hoffe, dass das eine leichte Kost wird. Wie gesagt, bei Benzinmotoren könnt ihr in der Regel raus rein machen. Da ist es eben so, dass sich das System selbst entlüftet. Das passiert beim Diesel auch, nur ihr müsst die Pumpe ansteuern. Okay, ich stelle euch jetzt erstmal um und dann machen wir das gemeinschaftlich. Und dann gucken wir uns das mal an, denn der Stuhl hat über 200.000 Kilometer gelaufen. Der letzte Wechsel ist unklar. Nobody knows. Vielleicht ist er auch noch gut. Keine Ahnung. Was machen wir immer, wenn der Status unklar ist? Wir machen es neu und ich hoffe, dass das jetzt gut gehen wird. Zieht euch Handschuhe an. Das ist immer so ein bisschen klebrig, stinkend und ja, wie dem auch sei. Müssen wir machen. Ich stelle euch oben, Attacke. Es gibt bei vielen Fahrzeugen unterschiedliche Filter und deswegen kann es sein, dass ihr durchaus mal drauf schauen müsst, was auf dem Gehäuse draufsteht. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig, weil oftmals gibt es ein anderes Gehäuse, wo dann auch ein anderer Filter drin ist. Das heißt, oftmals ist das nicht einheitlich beschrieben, sondern der verbaute Filter hängt von dem verbauten Gehäuse ab. Also nur, wenn ihr mehrere zur Auswahl habt, da in den Online-Shops mal schaut, dann kann es durchaus sein, dass die vielleicht unterschiedlich aussehen. Und dann bedeutet das für euch, nochmal eben zum Fahrzeug zu gehen und wirklich zu schauen, hey, was ist da jetzt wirklich für ein Gehäuse verbaut, denn sonst passt der Filter nicht. Ja, und ihr kennt das ja, nichts ist bescheuerter, als wenn du alles auseinandergenommen hast und hast dann die falschen Ersatzteile. Aber wie ihr schon gesehen habt, das Ding ist von oben geschraubt. Wir gucken mal rein, wir gucken uns den Sprit mal an und schauen mal, was wir da so sehen. Ich bin echt gespannt. In diesem Fall braucht ihr jetzt hier einen 20er Torx und ich löse die erst immer alle gleichmäßig. Solltet ihr also aufpassen und ihr solltet natürlich auch aufpassen, dass ihr keine runterfallen lasst, weil die sind nämlich auch schnell weg. Also theoretisch ist das erstmal relativ simpel, indem man natürlich jetzt hier erstmal die Schrauben raus macht und die natürlich dann auch an einen sicheren Ort entsprechend, ich habe jetzt hier eine Ablehschale, entsprechend liegt. Da braucht ihr jetzt erstmal nichts weiteres beachten, das geht eigentlich ganz gut. Ihr müsst nur den richtigen Torx nehmen, die Sachen werden also auch sehr schnell rund. Und man müsste vielleicht diese Schrauben auch nochmal neu nehmen, je nachdem, wie häufig da schon mal ein Filter gewechselt wurde. Aber ich glaube, das kriegt erst erstmal jeder hin. Das heißt, mit der Standard-Werkzeugkiste und dem Torx-Werkzeug ist das, glaube ich, eine recht simpel und einfache Sache. Und jetzt nicht einfach so dazwischen gehen, weil da ist natürlich ein Gummidichtring drunter, aber ihr könnt hier zwischen gehen. Hier ist extra so eine Aussparung. Da, ich hoffe, das könnt ihr kennen, ja, müsste aber so sein. Da könnt ihr jetzt vorsichtig zwischen gehen und vorsichtig knipen. Dann müsste das nämlich so abgehen. Das heißt, ihr seht, verbiegt den Deckel nicht. Der ist manchmal sehr, sehr, sehr stramm. Aber ihr seht, der Deckel geht jetzt schon hoch und dann könnt ihr vorsichtig auch zur gegenüberliegenden Seite gehen und dann könnt ihr den so raus machen. Das ist jetzt erstmal relativ simpel. Es kann sein, dass wir den hier noch ein bisschen ausklipsen müssen. Dann sind die Schläuche auch etwas länger. Schauen wir mal, der ist raus und der wird wahrscheinlich reichen. Die Schläuche könnt ihr in der Regel dran lassen. So, und jetzt geht der Schlauch oder der Filter schon ab. Ihr seht also, ich würde das jetzt nicht ganz so weit nach hinten knicken, damit das Ganze nicht abbricht. Aber ihr müsst natürlich jetzt schon zusehen. So, das müssen wir ein bisschen zur Seite machen. Und ihr seht natürlich, dass das Ganze natürlich schon ein bisschen stinkt. Und jetzt können wir den Filter rausnehmen. Und das ist leider immer so ein bisschen Schmiererei. So, und deswegen müssen wir uns als erstes, bevor wir den jetzt rausholen, auch so ein Schälchen holen. Ja, damit wir den nämlich dann da rein, reingeworfen bekommen. Weil wenn der tropft, das stinkt immer alles. Und ihr seht zum Beispiel auch hier, dass da kleine Späne drauf sind. Das ist leider normal. So, das ist schon mal. So, jetzt müsst ihr ein bisschen warten, dass der leer läuft. Und zack, hier rein. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr das erkennen könnt. Aber seht ihr das Glitzernde hier drauf? Das sind Metallspäne. Ja, man sieht auch so, dass er schon irgendwo Verschleiß hat. Und wenn das der Filter oftmals so schwarz ist, kann den Biodiesel geschuldet sein. Aber oftmals sind auch die Injektoren etwas undicht. Und dann wird der Filter einfach schwarz, weil das ein bisschen mit Motoröl kontaminiert ist. Aber ihr seht, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Aber ihr seht trotzdem, dass ihr da so kleine Späne habt. Aber so, das sieht für mich jetzt noch ganz gut aus. Erste Sahne ist das natürlich jetzt nicht. Aber da würde ich jetzt erstmal keine Panik schieben. Schauen wir mal hier rein. Das werden wir natürlich jetzt komplett leer saugen. Aber ihr seht, da sieht es jetzt erstmal nicht so aus, als würde da jetzt viel Dreck drin rumschwimmen. Also der Filter hat seine Leistung über die Jahre nicht verloren. Das sieht gut aus. Und das saugen wir jetzt erstmal ab und leer. Der Stuhl hat jetzt über 230.000 gelaufen. Und da ist es natürlich schon mal so, dass da der Verschleiß nun mal da ist. Und so eine Pumpe, die natürlich aus Metall besteht, die ist ein Combray-Diesel. Was bedeutet, je höher ihr den Motor dreht, je höher wird der Druck von der Einspritzpumpe. Und ja, dann habt ihr natürlich dann immer so einen metallischen Abrieb. Also da hätte ich jetzt so gesagt, das ist noch normal. Ich glaube, man kann das erkennen. Ich habe jetzt kein Bild, aber wenn da jetzt richtig komplett fett die Späne drin sind, dann wird es natürlich kritisch. Weil ich sage mal, diese Späne sind natürlich wie Schmirgelpapier und machen dann natürlich auch alle anderen Sachen unheimlich schnell kaputt. Aber ich glaube, der Filter, der hat den noch gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn der andersfarbig ist, dann ist das meistens entweder dem Biodieselanteil geschuldet oder den undichten Injektoren, die ja meistens oder irgendwann einfach ein bisschen undicht werden. und dann trifft eben Motoröl auf Kraftstoff und dann wandert praktisch das Motoröl in den Kraftstoffbereich rein und dann habt ihr das dann praktisch in einem Filter. Das passiert schon mal. Aber theoretisch können wir da jetzt erstmal nichts machen. Und ja, jetzt geht es weiter. Wir saugen das jetzt mal eben ab. Dafür habe ich natürlich hier meine Absaugpumpe. Der Schlauch ist mittlerweile schon steinhart, aber das hilft trotzdem. Das heißt, wir machen das Ding jetzt richtig leer. Wir gucken da noch mal rein, ob wir da irgendwas haben, irgendwas drin ist. Aber das sieht bestimmt gleich Bombe aus. Wollen wir mal gucken. Ja, ist schon so gut wie leer. Warte, machen wir noch den Rest. So. So. Jetzt haben wir das leer. Ja, ich putze das jetzt immer noch ein bisschen aus. Achtet da drauf, dass ihr da nicht so einen fuseligen Lacken nehmt. Also je sauber ihr da arbeitet, je besser ist das Ganze. Aber letztendlich geht es natürlich darum, das ganze Gehäuse natürlich dann auch irgendwo so ein bisschen sauber zu machen, bevor wir den neuen Filter reinsetzen. Oftmals durchs Rausziehen des Filters plumpst der Dreck natürlich runter. So. Dann machen wir auch mal eben. Den gehen wir mal hier rein. Und deswegen zieht euch da Handschuh an. Und ich putze das immer aus. Dann seid ihr wenigstens wirklich sicher, dass ihr den ganzen Dreck da raus habt. Und dann ist doch gut. So. Aber ihr seht, hier sind keine Späne drin. Ja, wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das heißt, das, was auf dem Filter war, war so ein bisschen das Einzige. Als nächstes ist auch hier ein Dichtring drunter. Mal gucken. Wahrscheinlich ist der Schraubenzieher jetzt ein bisschen zu groß. Theoretisch braucht ihr da einen relativ klein. Und dann geht der natürlich einmal da runter. Zieht den Dichtring einmal ab. Macht natürlich auch hier die entsprechende Dichtfläche hier oben etwas sauber. Also ihr seht, der dichtet also quasi über den Dichtring ab. Und jetzt macht er den neuen Dichtring drauf. Da müsst ihr auch vorsichtig sein, dass der heile bleibt. So, zack, bumm. Das scheint aber relativ einfach und gut zu gehen jetzt hier in diesem Fall. Schaut nach, dass der richtig drauf sitzt. Nicht, dass ihr den jetzt praktisch hier unten rein macht. Der gehört also hier in die Kante rein. Ja, dann könnt ihr jetzt den neuen hier reinsetzen. Ihr kriegt das quasi nicht unbedingt so zusammen. Aber der Deckel ist natürlich so groß, dass das automatisch da rein fluckt. Ja, also nur weil er jetzt so tief reingerutscht ist, heißt das nicht, dass der falsch ist. Und jetzt geht es darum, den Deckel natürlich wieder anzusetzen. Also vielleicht nochmal gleich als Zwischenbemerkung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das heißt, ihr habt irgendwo noch einen Liter Diesel irgendwo rumstehen, dann könnt ihr das Gehäuse auch vorfüllen. Ja, das ist sogar manchmal besser. Ich habe jetzt hier keinen Diesel. Ich könnte jetzt das alte, was ich da raus gemacht habe, wieder rein machen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Reservekanister habt mit Diesel, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze jetzt mal wieder so aufzufüllen. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr das auch aus einem sauberen Kanister macht. Wenn ihr natürlich auch schon gefühlt, keine Ahnung, fünf Jahre irgendwo rumliegt und da auch nicht mehr wirklich gut ist, dann weiß ich nicht, ob ich das dann machen würde. Aber wenn ihr sowieso zugange seid, dann macht das den. Ihr könnt den also auch vorfüllen, weil die Luft oder der Kraftstoff, der jetzt fehlt, ist ja jetzt gefüllt mit Luft und die Luft müssen wir natürlich auch später rausbekommen. Und je weniger Luft da drin ist, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu befüllen, dann macht das. Ich mache das jetzt ohne. So, und jetzt ist es so, das, was man natürlich machen kann, ihr seht, das Ding auch jetzt auch da dran ist. Ich würde hier ein bisschen Diesel dran machen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen am Finger, dann fluckt der Dichtring nämlich später in die Nut ein bisschen besser rein, als wenn das alles so trocken ist. So, und dann setzt ihr den jetzt erstmal so an. Und jetzt kommt nämlich der Akt, ihr müsst nämlich die Schrauben erst ansetzen. Ich würde euch empfehlen, in dem Fall ging es jetzt sogar so, aber erst die Schrauben alle ansetzen und dann gleichmäßig festziehen. Ja, manchmal sind die Dichtringe, wenn ihr die trocken einsetzt, dann könnt ihr das oftmals nicht so ran drücken. Dann müsst ihr das mit den Schrauben reinziehen, was auch geht, sofern ihr die Schrauben über Kreuz nach und nach dann festzieht. Aber ihr seht, so, jetzt haben wir hier Nummer zwei, Nummer drei. Und ihr seht, das ist natürlich auch leider immer immer so ein bisschen was daneben geht und das stinkt natürlich dann auch immer wie die Pest. Deswegen nehmt ihr einen Bremsenreiniger. Und ich mache das dann immer, wenn ihr den Deckel jetzt noch nicht final ganz herangedrückt bekommen habt, dass ihr das immer so ein bisschen über Kreuz festzieht. Dann kann euch eigentlich nichts passieren. Ihr verzieht den Deckel nicht. Und ja, das mache ich jetzt mal eben. Also das ist jetzt auch eine Sache, die, glaube ich, recht simpel und einfach ist. Wenn ihr das so gleichmäßig über Kreuz macht. Dann benutze ich jetzt hier in dem Fall keinen Drehmoment, sondern ich mache das jetzt hier aus dem Handgelenk. Ihr wisst ja grob, wie fest die Schrauben waren. Und ich ziehe die jetzt hier so quasi aus dem Handgelenk fest. Das ist so ein Blechdeckel. Da solltet ihr ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Aber wichtig ist, dass ihr alle Schrauben festzieht. Und natürlich dann auch, dass der Deckel gleichmäßig reingedrückt ist. So, das ist auch. Nochmal einmal final in der Runde. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, dann müssen wir die Schläuche noch ein bisschen reinklipsen. Und natürlich gleich auch hier alles sauber machen. Ja, und jetzt, wie gesagt, der Diesel muss jetzt raus. Und jetzt können wir natürlich nur schauen, wie kriegt man das jetzt raus. Und da solltet ihr eben drauf achten. Bei vielen Fahrzeugen gibt es dann eine gewisse Entlüftungsprozedur. Letztendlich muss die Kraftstoffpumpe, die im Tank ist, angesteuert werden. Ihr habt ja die Vorförderpumpe im Tank und die Comrelpumpe vorne am Zahnriemen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist ja, dass der ungefilterte Kraftstoff ja quasi durch die Vorförderpumpe, durch den Filter und dann zur Comrel-Einspritzpumpe gefördert wird. Und da ist jetzt Luft drin. Und die Luft muss raus. Und das bedeutet jetzt, dass wir uns was jetzt überlegen müssen. Wie kriegt man jetzt die Luft raus? Das heißt, es gibt zum Beispiel bei vielen Fahrzeugen, wenn ihr die Tür auf und zu macht, denkt das Auto für euch mit und sagt, ach so, ihr wollt jetzt losfahren. Und könnt also praktisch das über mehrfaches Türen öffnen und schließen. Das dauert allerdings immer ein bisschen. Das Kraftstoffsystem entlüften. Was passiert? Ihr macht die Tür auf. Das Auto denkt, aha, der will jetzt schon mal losfahren. Ich baue schon mal Systemdruck auf. Ja, das geht. Allerdings müsst ihr dann natürlich auch immer ein bisschen warten, denn der Druck ist aufgebaut. Und ihr könnt jetzt auch nicht Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu machen. Ihr könnt das Kraftstoffpumpenrelais, wenn ihr wisst, wo es ist, überbrücken. Geht auch. Oder wir schauen mal, ob es eine Prozedur gibt. Andernfalls machen wir das über die Stellglieddiagnose. Das kann vielleicht ein Tester, dass du dann sagst, okay, über Sonderfunktionen oder was auch immer, kannst du die Kraftstoffpumpe im Tank ansteuern. Das heißt, ich schaue jetzt mal nach, ob wir die Möglichkeit haben, die Kraftstoffpumpe über die Stellglieddiagnose anzusteuern. So, in diesem Fall gehen wir über den Betätigungstest. Und wir schauen jetzt mal nach, was wir ansteuern können. Relais für Zusatzwasser. So, gucken wir mal. Betätigen. Starten. So, habt ihr das gehört? Ich mache das jetzt da. So, das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. Und jetzt wird quasi der Kraftstoff vom Tank aus wieder in das Filtergehäuse gepumpt. Da der das natürlich jetzt so kurz nur antaktet, lasse ich das jetzt einfach mal so zwei, drei Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange man das wirklich machen muss, aber ich lasse das dann lieber ein bisschen länger, damit er jetzt die Möglichkeit hat, die Luft rauszudrücken. Das heißt, es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ihr gar keinen Tester habt, bleibt euch nur zu Tode ordnen. Oder das eben über die Tür. Das dauert aber auch relativ lange. Da müsst ihr immer mal hören, ob die Kraftstoffpumpe dann im Tank anläuft. Wenn ihr wisst, wo der Kraftstoffpumpenrelais ist, müsst ihr das überbrücken. Oder ihr macht es eben mit dem Tester. Entweder hat der Tester die Funktion, dass ihr Kraftstoffsystem entlüften könnt, oder ich mache das jetzt eben darüber, indem ich sage, ich mache jetzt nichts anderes als praktisch das Kraftstoffpumpenrelais zu überbrücken. Nur eben auf komfortable Art und Weise. Und ja, ich lasse das jetzt nochmal so ein bisschen. Und dann schmeißen wir den Hobeler an. Ich habe jetzt einfach mal aufgehört. Stell euch jetzt um, drehe den Schlüssel um. Und dann müsste er laufen. Er dürfte jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zucken. Aber dass er jetzt komplett zusammenbricht und ihr dann da ruhig vielleicht auch nochmal Fehlermsysteme dürfte jetzt eigentlich nicht passieren. Ja Leute, ihr habt gesehen, wenn ihr die richtigen Klamotten kauft, ist das kein Hexenwerk. Seht nur zu, dass ihr die Anlage entsprechend lüftet. Und ja, theoretisch war es das schon. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr Bock habt. Und ich sage bis Ende. Ciao, ciao.